Okay, wir versuchen uns anzuschleichen. Okay. Mimik, wir machen das so. Ich lauf vor, du lenkst ihn ab. Ja, stand gut, schön. Boah. Ja. Gorenk ist riesig, stark und schnell. Oh. Oh, Gorenk. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Hör bitte auf ihn zu schlagen. Kannst du aufhören, ihn zu schlagen? Bitte. Ja. Die Mimik kloppt im Hintergrund immer noch weiter auf hinein. Hey. Solange du uns nicht angreifst, ne? Was machst du denn, Mimik? Du gehst erstmal weg. So, Gorenk. Ich setz mich jetzt hier an den Scheiß ran und dann möchte ich, dass du wieder da hinten sitzt, ja? und alles aufräumst. Ah, wunderbar. Na, wie geht's? Ja. Oh. Ich möchte nicht mehr reden. Er ist peinlich berührt. Ja, komm, dann können wir auch das Vieh da draußen bekämpfen. Wir haben hier Gorenk schon einigermaßen den auch mit Mühe und Not den Zaun gehalten haben. Kann man auch gegen den Kargol hier vorne kämpfen. Das ist vor allem die Fähre der schwarzen Klinge. What the fuck? Au. Oh. Ordentlich Bums hat er auf jeden Fall drauf. Wurde gerade so sagen, Mimik. Ich wollte schon sagen, dass er die... Okay, jetzt kommt die Axt. Einmal schwenke und dann kann ich angreifen. Heilung. Ja. Meine Axt habe ich mittlerweile das Move-Set drauf. Hau auf ihn ein. Hau einfach nur auf ihn ein. Das macht mehr Schaden als Was? Was ist das jetzt gerade? Wie soll es noch kein Akrobat werden? Da soll es kämpfen. Alter, hätte ich diesen scheiß Schutz nicht gehabt. Dann wäre ich draufgegangen. Ja. Geh schön auf den Weg. Wurde bin ich sicher. Ah, okay. Kann ich auch machen. Mimik, ich brauch dich ja. Angriff. Mimik, du kannst dich heilen. Vergiss das nicht. Ja. 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 Ich werde, ich werde den jetzt einfach... Scheiße, jetzt bin ich echt... Und der war One-Shot. Ah, so belastend. Bitte weiterwerfen sollen. Dann werden wir jetzt mal zwei nicht gegen den Kämpfen. Mimik holen. Ähm, heilen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was wäre effektiv. Ich glaube, ein aufgelangener Angriff als erstes. Kamera war gerade ganz komisch. Hallo. Nee. Kannst du mich nicht damit foolen? Arscher, ich dachte, ich kann... Ich dachte, ich kann quasi einmal einen aufgelandenen... Angriff, äh... Machen und ihn dann noch stemmen. Na, jetzt Angriff. Nee, das war ein bisschen zu weit, Mimik. Jetzt Angriff. Ah, vielleicht auch nicht. Jetzt wieder ein Mimik. Angriff. Wir schaffen das. So wie bei Bob der Raumeister. Wir können das schaffen. Oder, yo, wir schaffen das. Jawohl. Okay, er ging auf die Mimik. Ein, äh... Er hat zwei, müsste es noch sein. Ja. Eine Eins. Jetzt ist er weg. Und, die muss ich dann auch noch... 88.000 hat er gebracht. Meine Fressung. Gargoyle, Schwarzschwert und... Gargoyle, Schwarzhellebade. Oh, das macht heilig Schaden. Auch nicht verkehrt. Andere Wanne, Hellbade. Teilst hier unten da. Auch heilig Schaden. Gargoyles machen heilig Schaden, Alter. Wir sind hier gelandet. Äh, wir setzen uns jetzt mal ins Feuer. Machen zwei Level und gehen dann zum Gargoyle in der Hauptstadt. Äh, Gargoyle, sag ich schon. Zum Golem in der Hauptstadt. Stufenaufstieg, das müsste für zwei reichen. Ne, da ist, wir gehen einmal auf... Das und auf das. Damit wir mehr Schaden machen. Unsere Waffe war stärker Geschick, glaube ich. Ah, ich hätte vielleicht auf Geschick gehen sollen. Hätte der Bärs eskaliert. Naja. Äh, Gargoyle, was ich jetzt... ...reden. Ne, immer noch nicht. Äh, Leyendale. Götterbrücke. Das müsste der Ort sein, wo wir hinwollen. Den Golem habe ich ja das letzte Mal nicht geschafft, weil ich da zu schwach war. Genau den da. So, erster, erster Streich. So, auf die Füße. 2.000 Schaden. Easy. Easy. Wow. Das war jetzt unerwartet. Ja. Dann sind wir jetzt in Leihendall. Ja. Ja. Gargoyle. Ja. Ja. Das war jetzt.